Der Anfang war schwer. Die ersten zwei Games waren so, uhlala. Und jetzt ist es so, uhlala. Hört ihr das, wie er mich moderiert? Ah, das ist die Kamera. Er guckt das. Oh, guck mal, ich bin drin. Guck mal, ich bin drin. WTF, guck mal, ich bin jetzt die Drohne. Wir starten easy, so the first five minutes will be very easy for you. Just relax. And then I will try to tighten. Alter, ihr könnt es gewinnen. Ich hab ihn erwischt. 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 Amado, Amado. Good luck, man. Good luck. Final fight. Shit. So nice. Well done. Still, I'm out of zone. Out of zone. GG, man. Nice. Shit. Ja. Nein. Aro kill. Shit. Ahhhh. Yo, 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 yo. Ich bin gespannt. Gestern Abend ging's wieder online für zwei Tage. Was geht nur noch bis morgen? Ähm, geschlossene Alpha. Dressing Room. Dressing Room. Ja, sieht aus wie ein Weihnachtsmann. Na, ich geh mal ein bisschen in die Ecke. Hier bleiben wir hocken. Sieht aus wie ein Weihnachtsmann, der Typ. Ähm, weiß jetzt jemand, wie das Game heißt? Lila Gang. Lila Gang. Machen wir lila. Machen wir lila. Mal gucken, ob er auch eine lila Mütze hat. Guck mal, die Mütze geht nur in rot. Schade, die Waffe. Lol, er hat hier so eine Schaufel noch. Geil. Nehmen wir die Schaufel. Ähm, Pfeil und Bogen. Nehmen wir in rot. Gibt's auch nicht in lila. Aber interessante Kombination. Color Blocking. Okay. Pelz. Schuhe. Gesicht. Gibt's keine Auswahl. Es ist ein geschlossener Alpha. Haare oder was? Schwarze Haare. Gibt's auch nur eine Frisur? Ah, Bart hier. Rasurmesser und Bart wahrscheinlich. Und irgendwas. Au-Naturell. Keine Ahnung. Gut. Das hätten wir auch. Sehr, sehr, sehr geil. Darwins Project. Ähm, ich hatte, wer's noch weiß, ich hatte den von Lara Loft mal einen Key bekommen. Das war vor vier Wochen oder so. Ähm, da hab ich bei ihrem Stream einen gewonnen. Und da wollte ich am nächsten Tag spielen, da war die Alpha schon zu Ende. Da konnte ich's nicht einmal spielen. Und jetzt, äh, es ist wieder aufgegangen. Mega nice. Alter Schwede, BTF. Europe 2. Ping 75. 54. Ah, nice. Da gehen wir rein. Zehn Leute sind nur drin. Und diese zehn Leute kämpfen ums Überleben. Die Zone wird relativ schnell klein. Die Rundenzeiten sind nur kurz. BTF ist laut. Ah, und man hört. Die Motorräder ist Ivan Martin. Ah, mit der Hand. 5. 3. 3. 3. WTF habt ihr das gerade gehört? Man hört den Chat komplett, ich kann mein Mikro nicht ausstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier labere wie ein Blöder, ich muss mir ein bisschen ruhiger sein. Dann hören die mich. Also, er flüstert jetzt nur noch. Pst. 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 So. Wir haben unten die Zonen. Das sind, ähh... 4,6,7 Zonen. Aber hinten ist Holz. Das leuchtet so blau. Scheiße, ich darf nicht zu laut sein. Wir gehen hier rein. Leder, Leder. Loot kommt raus, Diablo. Hier, Loot, gut Loot. Danke dir, Diablo. Vielen Dank für deinen Loot. Und die Karte, 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 Karte. Guck mal, ziegzerig, ich bin alleine. Okay, wir können laut reden, wir sind alleine. Ein Franzose ist links von uns. Links von uns ist ein Franzose. Das heißt, wir fahren erstmal das Holz oben ab. Links von uns ist Franzos. Loll. Okay, wir gehen zurück in die Hütte. Ich will gucken, wo der Franzose hingegangen ist. Was sagt die Zeit? Ich sehe noch nicht genau, wo der Counter läuft. Seht ihr das irgendwo? Okay, guck mal mal hier. Oh, guck mal, Kitscha ist hinter mir. Kitscha? Ja, direkt vor uns. Okay, okay. Wir wissen, wo er ist, er weiß nicht, wo wir sind. Let's go. Kurz nach so. Bitte. Bitte. So, da ist die Karte. Und meine Zone wird in fünf Sekunden geschlossen. Ich muss in irgendeine andere Zone rein. Wir gehen hier auf die andere Seite. Scheiß doch, ich dreh dich auch. Ich muss einfach nur abhauen hier. Go, 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 go. Okay, hier kurz verstecken. Feuer. Kurz aufwärmen. Das ist der blaue Balken, der sich gerade auffüllt. Okay. Okay, come on, guy. Nice! Nice! Aero Kill. Sorry, my friend, sorry. Five players remaining. Sorry, my friend. Good day. Good day. Okay, my friend. Northwest Zone is about to be finished. Teenager Deployed. Himmels. Vielen Dank für deinen Loot. Danke schön. Wär so krass, dass die Mikros hier offen sind. Ich kann überhaupt nichts sagen. oh okay oh my god i'm stuck i'm stuck oh no oh man okay if i'm lucky i can survive here in this okay ah nice i see oh my zone is getting close in this direction here i have to go right side here oh i've been hit i've been hit i've been hit they shot me into the other zone ah there he is oh shit man gg naja immerhin dritter platz dritter platz ist für die erste runde gar nicht so schlecht ne pass auf wir gehen jetzt auf wir machen das ganz normal wir wissen jetzt worum es geht erstens warm halten zweitens vorbereiten auf einen zonenwechsel wenn die zone kommt dass wir schön ausweichen können drittens und pfeile und klamotten immer im auge behalten wir gerne wissen wie ich mich heilen kann katholico wir können die katholico die 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 Oh, stimmt. 150 Meter. 100 Meter, 100 Meter. Die Pfeiler haben noch vier Stück. Oh! Er hat mich gesehen, aus der Entfernung getroffen. Zwei Schüsse, hinten rechts noch einer. Unsere Zone schließt sich. Die müssen abhauen. Scheiße, keine Pfeiler mehr. Hoch, 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 hoch. Er will uns umlaufen. Ja, ich habe mich erwischt. Ein Schuss noch. Nein, warum hat er nicht geschossen? Nein. Na, Kampf. Haben wir ihn? Nein. Wieso sehe ich nichts mehr? Wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Da liegt er. Lol, der ist weggeflogen. Oder? Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nein, da ist er noch. Scheiße. Wieder ein Treffer. Jetzt ist er down. Komm, 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 komm. Scheiße, ich erfriere. Komm, 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 aus der Zone raus. Raus, 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 raus. Da hinten ist die Zone, die Blau-Linie. Komm, komm, komm. Oh, komm, nein. Ich sterbe jetzt. Nein. Ja. Nein. 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 Das war so close. Das war so close. Nein. Nein. Well played guys. Nice. Nice game. Nice game. Ja, das war cool. Das war eine richtig geile Runde gerade. Good luck, Thor. Good luck, guys. Good luck. Okay, Newton. Verstecken. Shit, da ist er. Ich halte Treffer. Nein, Nebel. Nebel. Treffer. Kill. Three players remaining. Kill. Nice, man. A new electronic is available. Rüstung, Pfeile, Axt schärfen. Die Zone verkleinert sich. LoL. Alter Schwede, was geht ab? Wie geil ist das denn jetzt? Nein. Alter Schwede, wir können das gewinnen. Ich hab ihn erwischt. 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 Good luck, man. Good luck. Final fight. Shit. So nice. Well done. Still, I'm out of zone. Out of zone. Oh, GG, baby. GG, man. Nice. Shit. Shit. Nice. Ah, die kämpfen noch, guck mal. Ah, ärgerlich, oder? Äh, gerne, Mokka. Hero, GG. Uh, Baby! Wow, dumm. GG. Sehr gut, coole Runde. Der Anfang war schwer. Die ersten zwei Games waren so, uhlala. Und jetzt ist es so, uhlala. Komm, komm, komm! Hör ihr das, wie er mich moderiert? Ah, das ist die Kamera! Ja, er guckt das von... Ah, scheiße. Ich bin hier von der Kam. Ich verstehe. Er hat das Augen verloren. WTF? What? Wir können nicht aus der Entfernung kriegen. Habt ihr das gesehen? Das war der Zweite. Oh, guck mal, ich bin drin. Guck mal, ich bin drin. Dann... L-Shift, use your powers. WTF? Guck mal, ich bin jetzt die Drohne. Nice, jetzt bin ich die Drohne. Links, Shift. Aha, so Applaus, äh, ja. Nice. There is not supposed to be any foods in the arena. If you find something that is used to be used, please contact a companion. Fine, thank you. How are you? Oh, I'm fine. Very nice. So, it's my first time in moderation, moderating this game. So, let's give it a try. I'm very excited. Oh, if you just want to be a good one, you just have to help me anytime. Hi. Hello. Hello. Welcome. Thanks. You just have to support me every time to be a good one. Oh, okay, I'll try so. Good luck. He's a bit better. Super nice, right? It helps. Yeah. Super nice. He's always holding it. We start easy. So, the first five minutes will be very easy for you. Just relax. And then I will try to tighten. And anyone who has advised, will attend a mandatory operation. You're welcome. You're welcome. Rygar. Good luck. Come on. Zeltacute Anime G. Oh, now they come. Two, four, six, eight. Acht, warte. Acht, warte. Okay, let's go. Welcome to the first contact. First headshot in the game. First contact. First contact. Good luck, guys. Acht. Acht. Well done. First kill from Q. Acht. 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 And the fight goes on. Close combat. Nice. Acht. Well done, girl. Acht. Acht. Ihr seid bereit. Hey! Okay, sorry. Schon relativ lang. Ich würde gerne die Zone vergleichen. Okay, wir haben in 10 Sekunden Zonenschluss. Zone Ost schließen. 8 Sekunden. Ich gebe euch den Bürger jetzt nochmal angeschossen. Voll daneben. Mal gucken, ob er also das Special auch weg ist. Cute hat selber noch die Tarnung. Cute hat die Tarnung reingehauen. Final Zone. Sie sieht sie nicht? Sie sehen sich nicht? Doch! Schau! Ist es gut? So aus dem Stream. Stellt euch mal vor, da sind 10 Zuschauer drin. Und ihr kämpft in der Arena, während man das so sieht. Das ist doch mega nice, die Idee, oder? Also die Idee ist schon... Die hat schon was. der